Warum wollen wir zusammen ein Video machen? Das schweiß ich auch nicht! Wir sind in einem scheidenden Studio. Wir haben ja ein richtig fettes YouTube-Studio aufgebaut. Das zeige ich euch im nächsten Fall. Genau. Fängt schon mal gut an. Hallo und herzlich willkommen zu einem... Nein, stopp. Nicht einem. Meim. Nicht einem Video nach fünf Jahren. Meim Video nach fünf Jahren. Doch. Hallo und herzlich willkommen nach dem... Meinem. Nach dem? Nach dem? Nach dem? Was war nach dem? Nach dem Toten auf der Zelt. Das solltest du vielleicht so nicht sagen. So, jetzt noch mal. Hallo und herzlich willkommen... Boah, boah, boah. Boah, boah, boah. Meinem. 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 Meins. Alter. Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen... Herz... Hallo und herzlich willkommen zu meinem... Ersten Video nach ungefähr... Fünf Jahren. Und... Ich hätte mal deinen Namen sagen sollen erst mal. Keiner weiß wie du weißt. Wieso früh? Nein, das ist doof. Wir wollen euch jetzt einfach mal so ein bisschen... Oh Mann, ich weiß nicht was das soll. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Applaus